Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeitstrategen da draußen hier zurück auf Arrakis. Wir spielen natürlich immer noch Dune Spice Wars und sind aus Adreides. Wir haben beim letzten Mal unsere ersten Landratswahlen hinter uns gebracht und uns ein klein wenig erstmal so organisiert und dank Keremonie jetzt hier unsere Distrikte freigeschaltet. Allerdings sind die noch sehr sehr teuer, wir können sie uns momentan eigentlich kaum leisten. Wir versuchen jetzt erstmal ein bisschen mehr Geld zu bekommen, damit wir das in Zukunft vielleicht ein bisschen besser hinbekommen. Deswegen forsche ich jetzt hier auch gerade eben schon eine spezielle Technologie, um das hier abbauen zu können. Das dauert nur noch ein bisschen. So, ich bin am überlegen. Hoppala, hab ich mir gerade das Mikro gehauen. Ist das jetzt hier? Wir haben wieder ein Point of Interest jetzt hier zu Ende geforscht. Genau, Resolven, zack. Das brachte uns wieder irgendeine Art von Technologiebonus. Welche? I don't know. Bekommen wir so schnell nicht hin. So, ich kann ja auch mal gucken, was ich hier noch machen kann. Komm, ich lasse die jetzt hier mal überall fröhlich forschen, diese ganzen Boni jetzt hier abzubauen. Bevor die KI das tut. Weiß gar nicht, ob die KI das tun kann. Hier können wir mal so ein Siege Detection machen. Hier gäbe es dann nochmal einen Bonus auf Plus Creed. Aber Plus Creed, ganz im Ernst, machen wir eigentlich immer noch ganz, ganz gut. Können wir uns momentan nicht beschweren, was Plus Creed angeht. Vielleicht ist die Technologie durch. So, immer noch keinen Wurm zu sehen. Hab ich eigentlich Haus Harkonnen oder die Fremen entdeckt? Ne, bis jetzt eigentlich nur ihn hier. Nur ihn. Also er ist eher so in der Mitte angesiedelt. Eigentlich sollte ich mich mit ihm hier gut stellen. Das ist mein direkter Nachbar. Blöd, jetzt hier Stress mit ihm zu haben. Diese Felder übrigens sind sehr, sehr nice. Da lohnt es sich zum Beispiel Fuel Cells zu bauen. Oh! Das ist eine Water Cellar Caravan. Das ist sehr, sehr geil. Ich glaube, das werde ich als Allernächstes machen. Jetzt bekomme ich nochmal ein bisschen mehr Geld. Es findet wieder ein Raid statt. Und zwar hier. Das ist doof. Das ist sogar sehr doof. Weil diese Siedlung gehört uns noch nicht. Okay, ich renne jetzt schon mal mit meinen Truppen dahin. Kann also sein, dass uns das jetzt hier kaputt gemacht wird. Ne, das wird hier. Das ist eine Tierstadt. Okay. Dann ist alles gut. Naja, alles gut ist sehr relativ. Aber ich denke, dass wir das mit den Schützen jetzt hier gemeinsam hinbekommen. Oh, und die Technologie ist übrigens durch. Wo wir gerade eben dabei sind. Das Ding jetzt hier. Kann ich jetzt halt momentan nichts bauen. Die nächste Technologie, die ich gerne forschen möchte. Modular Pass. Das erhöht die Anzahl an Manpower in meinen Harvestern. Das machen wir mal. Denn, das habe ich noch gar nicht gemacht. Das habe ich in diesem ganzen Stress beinahe vergessen. Wir können jetzt hier den Output erhöhen. Zack. Das macht der 24. Deutlich mehr Spice, weil er mehr Personal dabei hat. Warum kämpfst du nicht mit? So, es kommt hier wieder. Dann neuen Council, wie wir sehen. Neue Effekte sind zum Start. Also, es haben jetzt erhöhte Recruitment Kosten. Und mehr Manpower-Upkeep. Das ist für mich völlig in Ordnung. So, übrigens. Man kann ja die Deeskalation jetzt hier, wie ihr seht, dann wählen. Dann reduziert sich die Infiltrationsstufe. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt als Deeskalation bezeichnen würde. Das, was hier sonst so passiert, das ist ihr Eskalation. Oh, das ist geil. Hier kann man noch mehr Geld durch dann, äh, mehr Spice machen. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen auseinander mit den Jungs hier. Halt die jetzt hier mal so ein bisschen. Halt die jetzt hier mal so rum. So haben wir dann die realistische Chance, das Problem hier zu lösen. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir gewonnen. Weil der wirft nur Granaten, aber ansonsten tut der nicht viel. Wir müssen das Ding hier deutlich besser verteidigen. Hier ist auch nochmal ein Point of Interest. Genau, zack. Nochmal die Technologie haben wir uns jetzt hier geholt. Warte mal, ich wollte doch den Waterseller hier machen. Genau, damit ich hier einfach Geld bekomme. We did it, friends, we did it. Ja, und jetzt müssen wir halt unsere Verteidigung wieder aufbauen. Also, Veteranenmiliz, Veteranenmiliz und eine Ranged Miliz. Jetzt machen wir hier noch den, äh, das Processing Plant. Also dadurch machen wir hier einfach Geld hier. Äh, und den machen wir uns auch nochmal da. So, Punkt. So, ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen. Spy Master. Ah, weil wir Arrakis Level 3 jetzt hier schon haben, die ihr seht. Das ist schon mal krass. Was das allerdings genau bedeutet. Agent Infiltration, also das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Geht es dadurch jetzt noch schneller? Eventuell. Nee, nicht noch schneller. Zumindest nicht bei der laufenden Sache. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich demnächst nochmal irgendwie eine Einheit jetzt hier noch dazu bekomme. Ich bin ja eine Nahkampfeinheit, aber nicht in der Phase, wo Einheiten 100% doppelt so teuer sind. 100% doppelt so teuer ist auch wieder mal doppelt gemoppelt. Egal. So, ihr seht, wir machen hier ordentlich Spice. Was passiert, wenn ich jetzt hier mehr davon verkaufen will? Das ist immer noch im Rahmen. Das ist immer noch im Rahmen. Ja, aber es lohnt sich jetzt nicht, es so zu dermaßen zu übertreiben. Oh oh. Vor allem, weil es hier wieder ein Sandwurm gerade eben bemerkt wurde. Das ist halt nicht so angenehm. Zum Glück geht er relativ schnell wieder. Okay, jetzt scheint er weg zu sein. Wir gehen raus. Und deployen wir die Kollegen gleich mal wieder. So, und jetzt machen wir eigentlich mehr Geld. Mit Betonung auf eigentlich. Ach so, ja. Weil der noch nicht am Start war, hatten wir das noch nicht am Laufen. Jetzt, genau. Jetzt machen wir 70 Geld. Das System funktioniert. Ich habe mich gerade bloß gewundert, weil der Kollege nicht am Start war. Wind Trap brauchen wir nicht. Wir haben eigentlich gerade so ziemlich alles, was wir brauchen. Können wir nochmal so ein Hegemonie-Teil bauen. Oder einfach so ein Research-Hub, dann forschen wir schneller. Ich finde die Idee sehr, sehr interessant, noch schneller Technologien zu bekommen, weil das bringt uns halt auch fette Boni. Lass uns mal hier diesen Weg einschlagen. Und danach können wir dann auch über die Verteidigung nachdenken oder so. So, wir kontrollieren jetzt diesen Kollegen hier. Da machen wir sofort als allererstes natürlich, wenn wir das Plus Creed hätten, was wir gleich haben, die Raffinerie rein. Hat teuer, ne? So eine Plus Creed, äh, so eine Raffinerie reinzubauen. Aber es wird sie so hart auszahlen. Ich sage es euch. Vor allem in bare Münze. So, das Landratsvoting. Sollte ich mich langsam aber sicher mal drum kümmern. Ähm, ich hätte schon gerne Bock, mehr Geld jetzt hier aus dem Spice zu holen, weil ganz im Ernst, für mich lohnt sich das hier richtig. Das hier lehne ich ab. Ähm, Architectural Surveys. The main base is under Architectural Surveys. Ah, dass ich die Distrikte eher bauen kann. Ja, können wir mal machen. Das heißt, das Ding kann auch in dem Moment nicht angreifen. Aber es kostet halt 20% weniger, das alles zu bauen. Machen wir das mal so. Das ist mir nicht so wichtig. Dann verliere ich halt zwei Stufen. It won't kill me. I tell you. So, mal gucken, was bekommen wir denn jetzt hier an Geld. Ja, das hat uns ordentlich was eingebracht. Das finde ich angenehm. So, was können wir hier jetzt noch machen? Das würde uns hier nochmal ein bisschen Intel organisieren. Hier haben wir Ruinen. Ich kann ihn wieder Hegemonie holen, wenn das der Helikopter macht. Oder, also noch mehr auf Technologie. Ich gehe auf die Technologie. So. Kann das sein, Agent? Kann das sein, dass ich das hier verpennt habe mit der Mission. Ja, ich glaube ja. Ihr seht übrigens da, da sind jetzt auch diese ganzen Distrikte hier aufgegangen. Erinnert sich jetzt ein bisschen was dadurch. Wir haben die Imperial Tax bezahlt. Wir können es auch gerade eben nochmal so lassen. Demnächst machen wir hier sowieso deutlich mehr. Einfach nur normale Milizen. Ganz im Ernst, ich tausche sie jetzt hier gegen Veteranenmilizen. Und hier gegen eine Range Miliz. Weil ich es hier sehr, sehr wichtig finde. Das hier ist jetzt der Ort, der verteidigt werden muss. Das ist ein so unfassbar wichtiger Ort hier. Weil er hier halt nochmal Spice für uns abgebaut wird. Wäre sehr, sehr doof. Diese tolle... Oh Gott, wie viel Kohle wir machen. Wir werden ja gleich reich. Wenn der fertig ist. Da, es geht los. Deployed. Sofort nochmal einen weiteren Mann rein. Wir sehen, wie viel Kohle wir gleich machen, wenn ich jetzt hier richtig gleich auf Kante fahre. So, da kommt er an. Und er hat begonnen. So, mal gucken. Ah, also 514. Ich kann das bis hier runterdrücken. Mach ich 130 Geld plus. Yes. So, wir haben jetzt hier auch die Architectural Service am Start. Das heißt also, wir haben das bekommen. Jetzt könnten wir darüber nachdenken, das jetzt zu machen. Wir müssen nur ein bisschen sparen. Das ist übrigens geil, ne? Die Harvester works. Dann machen nämlich die Harvester mehr Geld. Machen dann mehr Geld. Das ist fantastisch. Ähm, wir haben auch diese, natürlich die Technologie erforscht. Das ist die große Frage. Das hier. Atreides Merchants. Mehr Geld. Per order faction with relationship about 80. Solari production per siege with relation level 80. Plus 50% received resources when trading with siege. Wir haben halt die Sieges noch nicht. Leider. Und ich bin der Meinung, dass ich jetzt auch das hier mal machen möchte. Wir haben ja schon einige Technologien dafür bekommen, wie man hier jetzt wird. Jede Menge Waffentechnologien. Holen wir das uns jetzt halt einfach mal schnell. Dann haben wir schon mal das Heavy Weapon Team. Halte ich jetzt auch für keinen Fehler. So, und in der Zwischenzeit müsste eigentlich hier irgendwas anderes noch fertig geworden sein. Genau, hier. Noch mehr Technologiebonus. Was können wir noch tun? Hier ist der abgestürzte Orni. Der bringt mir Intel. Oh, guck mal. Da oben ist House Harkon. Die kommen von da. Die kommen von da oben. Und da ist nochmal ein Spicefeld. Jetzt fängt es aber an, interessant zu werden. Ich mache mal ganz kurz das. Und werde versuchen, diese Siedlung hier nochmal mehr friedlich jetzt hier zu holen. Das wäre sehr, sehr cool. Was machen wir als allernächstes jetzt hier? Na, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das Ding muss mega krass verteidigt werden. Und das sehe ich auch exakt genauso. Es könnte sich aber trotzdem lohnen, jetzt hier das Maintenance Center als allererstes zu bauen, weil es wird teuer werden, all diesen Kram jetzt hier hineinzubauen. Und danach bauen wir dann den Raketenwerfer. So, was haben wir denn hier Schönes? So, entweder bekomme ich 1000 Geld oder 500 Geld und 100, äh, entscheiden mich jetzt in dem Fall fürs Geld. Pillage, nee, Pillage to Villages. Ach scheiße, ich muss erst was machen. Ich muss zwei neue Economy Gebäude bauen. Ja, dann werden wir wohl das andere bekommen. Das ist auch in Ordnung. Auch sehr, sehr mächtige Sachen. So, man sieht es übrigens, ne? Wir machen gar nicht mehr so viel hier. Das heißt also, wir müssen hier wahrscheinlich nochmal gucken, dass wir mehr Plus Creed jetzt hierher bekommen. Unsere Zeiten, wo wir Plus Creed noch und nöcher hatten, sind leider vorbei. Also ich bereite das jetzt hier direkt schon mal vor hier, um direkt Plus Creed zu machen. Also muss dann der Raketenwerfer leider noch ein bisschen warten. Können wir hier noch die Militia auch noch mehr hierholen? Kurzsinnig 80, 50 für den Fasser. Ja, würde sich anbieten. Kleine für das Plus Creed eher hier. Ne, dann machen wir das mit dem Plus Creed eher hier. Das ist aber eher wieder so ein mittelfristiger Plan. So, die Technologie ist übrigens durch. New Homeland. Your Units have plus 20% power inside your territory. Minus 80% Militia training time. Minus 80% training cost for the first militia of a village. Wir machen das. Also ich möchte die Truppen jetzt hier verteidigungsfähiger machen. Mit einem Point of Interest. Abgearbeitet. Resolve. Ich habe aber leider keinen entdeckt von den Siege-Typen. Leider kann ich den hier nicht wegballern. Das nervt mich so ein klein wenig. Sie fragen mich gerade eben, ob ich hier vielleicht das irgendwie mit Handel hinbekomme. Du hast richtig krass Plus Creed. Wenn ich jetzt von dir 300 Plus Creed verlange, was willst du von mir? Das ist die entscheidende Frage. Ich kann noch diesen Handel da noch mit reinnehmen. Oh, der ist ihr sogar sehr, sehr wichtig. Ihr seht, das sorgt dafür, dass sie sich freut. Und was ist, wenn ich dir... Intel ist dir richtig wichtig. Wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Komm, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Das ist ein geiler Deal. Ey, das ist ein mega geiler Deal für mich. Trade. Confirm. Yes. Also, wir können unser allererstes Gebäude bauen. Und ich entscheide mich dafür, das hier zu machen. Dann machen wir nämlich die Harvester. Mehr, ähm... Sammelrate. Und... Each crew grants increased defense. Was auch immer das bedeutet. Harvester Gathering Rate per Economy Building in its Village. Also, wenn ein so gelbes Gebäude drin ist. Und das habe ich in der Regel drei. Dann gibt es jeweils pro Gebäude 5% mehr Sammelrate. Bauen wir also, Freunde. Wir bauen das. Hier wären es zum Beispiel drei. Hier sind es gleich zwei. Oder hier sind es jetzt zwei. Ähm... Ich werde es ja trotzdem die Plusquiet Production hier mit reinnehmen, ne? Es macht kein... Es ist kein Fehler hier, die auch mit drin zu haben. Er scannt hier immer noch rum. Was machen eigentlich meine Agenten gerade eben? Hier kann ich noch Intel organisieren. Ja, komm, dann organisiert mir das Intel hier. Achso. Und ich habe wieder einen weiteren Agenten, by the way. Beim Chome kann ich ja auch versuchen, hier noch ein höheres Level zu holen. Aber was hat er hier für Boni? Erhöhte Agenten-Rekrutierungsgeschwindigkeit. Das Creed Global Production is increased. So, ähm... Ich fange jetzt mal an. Hier beim Chome hier nochmal. Oder weil ich beim Landrat rein... Ja, komm. Ich will hier beim Landrat rein bei ihr. Spacing Guild wäre zwar auch nicht schlecht, aber... Wir machen gerade halt einfach richtig schön geil Kohle. By the way, richtig geil, schön Kohle zu machen. Wir können natürlich auch versuchen, jetzt mit ihm zu dealen, ne? Probieren wir mit ihm einen Deal hinzubekommen, der ihn hoffentlich glücklich macht. Und es macht ihn offensichtlich glücklich. Und Geld scheint für ihn jetzt nicht so die große Rolle zu spielen. Wie sieht's mit, äh, Plus Creed aus? Plus Creed ist der Teil, der, äh, in meinen Augen für uns noch der kritischste ist. 100? Ich gebe jetzt dafür tatsächlich mal ein Intel raus, ne? 3? Ey, das ist so geil. Wie viel Geld hat er denn? Geld scheint für ihn auch nicht so die große Rolle zu spielen. Komm, wir machen das mal so. Ich gebe mal meine gesamte Intel raus. 200 Intel. Einfluss scheint ihm egal zu sein. Das scheint ihm auch egal zu sein. Okay, so viel Geld will er nicht hergeben. Wie sieht's so aus, wenn ich das so mache? Okay, das würde er machen. Das ist, finde ich, ein geilen Deal. Trade. Von Firmen. Bin nicht gespannt, ob er ja sagt. It happened. Und das Geile ist, wir machen jetzt halt noch mehr Geld durch diese. Wir machen jetzt halt gerade eben dadurch halt weniger Authority, aber das ist mir gerade eben total egal, weil meine Agenten das halt weitgehend ausgleichen, ne? So, als nächstes würde ich dann tatsächlich... Also ich würde tatsächlich dann sogar schon das nächste Gebäude jetzt hier bauen. Mehr Hegemonie für jede Wasserproduktion. Mehr Knowledge. Ich glaube, ich mache das hier tatsächlich, das Research Center, oder? Als zweites. Aber erst mal muss das erste jetzt, glaube ich, fertig gebaut sein. Wäre halt geil, wenn wir das noch hinbekämen. So, wir machen jetzt wiederum mehr Plus Creed. Und können jetzt hier die 300 ausgeben. So, und ich kann jetzt aber gerade eben, glaube ich, leider nichts mehr ranhandeln, oder? Oder? Kann ich das? Ja, Geld ist schwierig. Intel findet mich so mega wichtig. Das ist interessant. Okay. Kommen wir halt schneller wieder an die 400 ran, ne? Aber wie gesagt, er baut ja immer noch, also kann ich es eh nicht wirklich verwerten. Das muss man halt so sehen, wie es ist. Jetzt machen wir nämlich jetzt hier auch die Verteidigung ran, ne? Die finde ich super wichtig. So. So viel dazu. Jetzt können wir das hier abschließen. Machen nochmal Geld. Haben nochmal ein bisschen Hegemonie uns organisiert. Wo stehen wir jetzt eigentlich mit der Hegemonie? Wir sind noch bei 3400. Wir holen tatsächlich die Främen ein. Das ist cool. Mein Landrat Standing hat sich übrigens auch erhöht. Ähm. Ich glaube, das liegt auch an der Hegemonie. Aber ihr seht auch, was wir dadurch jetzt für Boni bekommen. This is your faction's current political power and standing within the Landrat. A high standing unlocks new possible bla bla. Ja, also. Da wird auch mehr Gelände, glaube ich, haben. Wie das genau funktioniert, nicht so ganz gerallt. Da fehlt mir noch so ein bisschen Detailwissen. Wir machen hier auch immer noch Plus. Das ist fantastisch. Ah, guck mal. Es werden eigentlich nur 2,5. Aber weil wir halt diese 30% Resolution haben, machen wir halt so viel mehr Kohle. Und das ist gerade eben so schön. Wie lange halten eigentlich die Boni noch? Nicht mehr so lange. Aber wahrscheinlich noch lange genug. Oh. Jemand könnte hier tatsächlich der Berichter werden. Ich will aber nicht, dass das passiert. Ähm. Weniger Construction Costs. Oh, für mich ist mir das wichtig. Entscheidende Frage. Scientific Congress. Military, äh, 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 development competition speed is increased by 50%. Das sind jetzt alles so Sachen, die finde ich jetzt hier nicht so mega wichtig. 100% Agent captured when an operation is detected. Es ist halt, also man kann auch Agenten festsetzen, was das im Detail bedeutet, weiß ich nicht. Ähm. Also, hat mir das Spiel leider noch nicht verraten. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich dann bei Haus Arkonnen, weil ich glaube, die werden hier tendenziell hier zu einem Problem für mich werden, etwas machen. Ihr seht, die anderen Häuser haben überhaupt gar kein Standing hier beim Landrat. Aber das liegt auch daran, dass die Schmuckler von Haus aus sehr, sehr wenig Standing, also überhaupt einen limitierten Zugang zum Landrat haben. Ja, kein offizielles Haus in dem Sinne. Eine mächtige Verbrecherbande. Ja, komm, äh, warum nicht? Da bin ich dagegen. Ich bin dagegen, dass es schnell geht hier. So, ihr seht, ich habe jetzt hier mehr Mitsprache recht, ne? Ich will jetzt eine Menge Mitsprache jetzt hier durchführen. Und ich hoffe, dass das jetzt hier fertig wird und ich das andere noch starten kann, bevor es passiert. Also bevor das jetzt hier sich abbaut. Da fliegt so ein blöde Ohr nie rum. Oh, Moment, ich habe ja schon wieder irgendwo etwas gemacht. Genau das hier. Ich habe nochmal ein bisschen Intel besorgt. Dieses Intel kann ich theoretisch jetzt wieder traden. Ruinen. Da hole ich mir auch den Technologie-Bonus eher. Da kommt wieder ein Raid. Aber der Raketenwerfer ist schon da. Wie praktisch. Und das Ding ist komplett voll mit Veteranen-Miliz. Da, sehen wir jetzt mal zum allerersten Mal hier die normalen Raketenwerfer jetzt hier am Start. So, jetzt werden die kurz mal nie gemäht. Und ihr seht, die Veteranen-Miliz, die hat es schon drauf. Das war gar kein Problem. Kurz Pause. Schnell hier was weiteres bauen. Ah, jetzt fehlen mir hier eine Handvoll plus Creed. Sekunde. Das kann was sicherlich nochmal plus Creed geben. Und ja, so machen wir das. Yes, it's here. Ähm, mehr Knowledge. Mehr Hegemonie. Mehr Supply. Ne, ich gehe auf das da. So, jetzt haben wir es voll ausgenutzt, Leute. Wir haben es voll ausgenutzt. Mehr kannst du es eigentlich kaum ausnutzen. Jetzt findet die KI halt raus, dass hier solche Sachen passieren. Leider kann ich sie nicht angreifen. Oh, und jetzt gehört uns dieses Dorf hier. Hier gibt es leider nicht viel. Aber auch das Dorf hier können wir natürlich jetzt hier nutzen, um Sachen zu bauen. Allerdings sind die anderen Sachen jetzt hier ein bisschen teurer, ne? Also, wir können ja auch noch die plus Creed Construction reinmachen. Aber ich glaube, ich gehe hier jetzt mal auf so ein Knowledge-Gebäude. Genau. Also, ich möchte jetzt hier einfach meine Forschung bis unters Dach treiben. Das hier haben wir auch gleich fertig. So, die nächste Technologie ist da. Also, wir haben jetzt hier 20% mehr Kampfkraft in unserem eigenen Territorium. Und unsere Milizen sind nur noch zu trainieren. Und die erste ist auch 80% günstiger, wenn wir eine neue da reinbauen. Ähm... Atreides-Delegationen, Out of Factions, blablabla. Paracompass. Hier wäre halt nochmal ein weiteres Crew-Mitglied drin. Ground Command. Mehr Command Points. Das heißt, wir können mehr Armeen haben. Weniger Abkipp für unsere Militär-Truppen. Support Structures. Unlockt die Support Drone Unit. Oh, das nehmen wir mal mit. Das nehme ich mal. Wieder ein Sandwurm. Mamma mia. Muss ich halt ein bisschen aufpassen, ne. Momentan, äh, würden wir es nicht schaffen, wenn ich zu knapp kalkuliert habe. Aber den Kollegen schicken wir auch gleich jetzt wieder zurück. Ist das schon fertig? Das ist auch schon fertig. Resolve. Was können wir denn als nächstes resolven? Increased Siege Detection. Ja. Borsch, ich will einfach noch mehr Chancen haben, die Främen zu finden. Die Främen haben das hier bekommen und die Schmuggler. Also ich habe nichts bekommen. Schade. Ey, wieder ein Sandwurm. Jetzt geht es hier aber los. Hat euch schon mal jemand gesagt, wie lästig ihr seid? So, das Ding hier gehört jetzt auch mir. Wir machen hier den Plus-Creed-Produzenten rein aus naheliegenden Gründen. Und wir schicken ihn gleich wieder zurück. So, übrigens, das sind übrigens diese Command-Points hier, ne. Die habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Aber das habt ihr vielleicht schon vermutet. Ich kann nur überlegen, ob ich jetzt Einheiten rekrutiere. Das Heavy-Weapon-Squad, wie ihr seht, ist jetzt hier schon möglich. Ähm, die machen halt Sprengschaden und reduzieren halt die Rüstung des Gegners. Ich denke, ich nehme jetzt hier mal einen mit. Das Ding kann ich mir leisten. Und, ähm, ich will keine Trooper haben. Wobei, Warden sind halt besser. Viel besser. Aber ihr seht halt auch viel feurer. Ähm, ich nehme noch einen Trooper mit. Äh, dann haben wir hier ein... Zumindest für die unsere Defensive ein funktionierendes... Militär. So, der Kollege ist jetzt auch ready. Wir haben jetzt hier mehr Knowledge. Was uns hier das gestattet. Ich glaube, als nächstes gehe ich hier nochmal auf ein bisschen mehr Hegemonie-Produktion. Das wäre jetzt hier gerade eben nur mein Wunsch. Aber erst brauchen wir mehr Plus Creed. Das alte Lied mit dem Plus Creed. Nömer 68 Plus Creed durch das Teil hier. Das ist so muah. Äh, das andere ist schon wieder fertig. Hier kann ich nochmal ein bisschen davon holen. Oder nee, ich glaube, dass die Technologie einfach wertvoller ist. Sekunde. Wo war ich nochmal mit dem anderen hier? Habe ich vergessen. Ich habe irgendwo etwas untersucht und finde es jetzt wieder nicht mehr. Hier. Dissolve. Oh, da. Da, 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 da. Das könnte ein Siege sein. Vielleicht haben wir tatsächlich eins entdeckt. Das wäre total fantastisch hier. Ich weiß nicht genau, was die machen, aber ich bin sehr begeistert. Ich bin so tief, kann ich hier noch nie rein spielen. Ne, ist es leider nicht. Das ist ein Abandoned Freeman Camp. Okay. Ein Abandoned Freeman Camp. Wir arbeiten immer noch daran, das Ding jetzt hier abzuschließen, ne? Als allererst ist es den Wirtschaftsteil hart ausnutzen hier. Dann sehen wir mal, wie das mit der Ökonomie aussieht. So, wir haben das zweite durch. Ja, als letztes käme jetzt halt noch das. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Plus Creed. Und ich bin bereit, das jetzt hier in Auftrag zu geben. Denn sie ist ja bereit, das jetzt hier für jede Menge Dingens hier, wie ihr sehen könnt, herzugeben. Jetzt muss ich allerdings hier auf 500 gehen. Aber das ist für mich völlig in Ordnung. Dann nehme ich noch mal ein bisschen. Das ist zu viel. Also ihr seht, die Sachen sind sehr unterschiedlich wertvoll. Machen wir das. Trade. We can do it. And so we do it. Hier gibt es übrigens später noch den Chome Branch. Allerdings brauche ich dafür das Economic Lobbying. Solari Upkeep Reduction to all Alley Villages in neighboring Regions. 30% Bonus to Chome Spies Exchange Rate. Agents Assigned. Das Problem ist, ich bräuchte dafür halt dieses Economic Lobbying. Dieses Economic Lobbying. Wo ist das? Das ist halt ganz da unten. Das mache ich jetzt hier noch nicht rein. Also ich werde jetzt das hier machen, das De-Recycling-Watz. Mach mal mehr Wasser. Hegemonie. Und Supply. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir schon wieder am Ende der Folge, wie ich gerade sehe. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier weitermachen. Und vielleicht hier uns hier etwas davon abgreifen können. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr groß. Ich muss nur 1000 Gold haben. Das ist gerade eben nochmal laufen. Und dann bekomme ich 1000 Gold. Finde ich voll gut. Ich liebe es. Also, meine lieben Freunde. Ach nee, ich verbrauche 1000 Gold. Aber dafür habe ich Hegemonie bekommen. Egal. Geld ist für uns egal. Hätte ich besser mal lesen sollen. Aber egal. Die Hegemonie ist besser. Also, macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.